Ja, moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Novum der Bio-Käseladen und zu einem neuen Angebotsvideo für den Monat Juni. Diesen Monat ist bei uns so ein richtiger Gouda-Monat und das meine ich im besten Sinne überhaupt, denn ich habe zwei sehr besondere Gouda-Sorten für euch, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Der erste ist ein Wiederholungstäter, aber zu Recht, nämlich der Mai-Gauda. Der Mai-Gauda ist was ganz Besonderes, der kriecht seinen Namen dadurch, dass er im Mai in der Regel das erste Mal verfügbar ist, denn die Milchkühe werden mit dem ersten Frühlingsgras auf der Weide gefüttert und dadurch bekommt er so einen super frischen Geschmack. Man kann quasi den Frühling rausschmecken, der reift in der Regel etwas kürzer als andere Gouda-Sorten und deshalb ist er super, ja, zart schmelzend, cremig, mild und hat trotzdem diese frische und fast schon, ja, fast schon so ein bisschen wie eine Kräuternote, kann man sagen. Ja, den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Holt euch ein großes Stück, vor allen Dingen jetzt, wo er im Angebot ist. Und der zweite Gouda diesen Monat ist was ganz Besonderes. Guckt euch den mal an. Den hatten wir vorher noch nicht im Sortiment. Das ist der Dejonka Rucola Pinienkern. Ist auch ein Holland-Gauda, auch jung und cremig und zart. Aber das Besondere ist, dass er eben mit Rucola und gerösteten Pinienkern gespickt ist. Wie toll ist das denn? Der hat so richtig diese, ja, fast schon nussige Note durch die gerösteten Pinienkerne und ist super zart schmelzend und erinnert fast an so ein richtig leckeres, frisches italienisches Pesto. Also den kann man wunderbar einfach als Würfel snacken, aber auch zum Überbacken kann man das gut mal probieren. Ja, in diesem Sinne, kommt vorbei, holt euch diese wundervollen Gouda-Sorten hier zum Probieren. Und, ja, was bleibt mir anderes übrig, als zu sagen.